Ausgangspunkt ist diese Nachricht, in der sich das Unternehmen Swisscom für einen Internetausfall entschuldigt. Und zwar mit den Worten, wir bitten den Unterbruch zu entschuldigen. Unterbruch, habt ihr das schon mal gehört? Die allermeisten wahrscheinlich nicht. Auch ich kannte den Unterbruch lange Zeit nicht. Denn die Form kommt fast nur in der Schweiz vor, während es sonst natürlich Unterbrechung heißt. Das Beispiel kommt übrigens vom generell sehr empfehlenswerten Twitter-Account der Variantengrammatik. Der hat diese Meldung geteilt. Hier sehen wir auch jetzt eine Karte aus der Variantengrammatik. Und da sehen wir nochmal, dass der Unterbruch in der Schweiz verbreitet ist. Ansonsten kommt es in Tirol noch manchmal vor. Ansonsten selten bis eigentlich gar nicht. Wenn wir uns jetzt aber andere Wortbildungen im Vergleich anschauen, ist der Bruch sogar häufiger als die Brechung. Wir sagen zum Beispiel Einbruch, Beinbruch, Abbruch oder Steinbruch. Hier könnte man natürlich auch noch viele weitere Beispiele nennen. In einer anderen Semantik, nämlich wenn es um die Optik geht, haben wir aber Brechung statt Bruch. Hier sehen wir sehr schön zwei Wortbildungstypen in der Gegenüberstellung. Bei Unterbrechung wird einfach das Suffix unangehängt. Der Wortbildungstyp ist also eine Suffix-Derivation. Bei Unterbruch kommt hingegen kein Suffix hinzu. Stattdessen ändert sich aber der Stammvokal. Wie nennt man jetzt diese Form der Wortbildung? Da ist man sich in der Sprachwissenschaft nicht ganz einig. Meistens wird dieser Prozess zur Konversion gezählt, teils aber auch als implizite Derivation bezeichnet. Also sozusagen ein Spezialfall der Derivation, bei der eben kein Suffix oder Präfix hinzukommt, sondern sich eben nur das Stammvokal ändert. Ich selbst halte jetzt die erste Variante für besser. In meinem Kurs bezeichne ich diesen Sonderfall auch als Präteritalstammkonversion. Denn die Form geht häufig darauf zurück. Das sehen wir auch, wenn wir uns weitere Beispiele anschauen, wie zum Beispiel Bindenband, Schießenschuss, Werfenwurf, Beißenbiss und viele andere. Es ist kein Zufall, dass all diese Substantive auf starke Verben zurückgehen, denn sie haben im Präteritum den Ablaut. Bei manchen Wörtern wie Band sieht man das sehr gut. Es entspricht ja genau der Form im Präteritum. Bei anderen, wie jetzt zum Beispiel Wurf, ist es nicht ganz so klar. Hier ist ja gar kein U vorhanden. Dieses Wort hatte aber früher noch im Präteritum Plural dieses U, bevor es an das A im Singular angeglichen wurde. Das ist jetzt aber nicht immer so einfach herleitbar. Im Normalfall blickt man hier aus synchroner Sicht drauf. All diese Fälle haben aber die Gemeinsamkeit, dass ein Wortartwechsel ohne Hinzutritt von Affixen stattfindet. Also eben eine Konversion oder eben wie gesagt eine implizite Derivation, falls euch das mal begegnet. Deshalb kann man bei einer Wortbildungsanalyse hier nicht die typische binäre Segmentierung machen, sondern nur einen Pfeil nach oben. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, auch so ein Wort wie Grube dazu zu rechnen, denn gegenüber dem Verbstamm liegt ja ein Stammvokalwechsel vor. Allerdings hat das ja auch noch anders als Bruch ein E am Ende und somit ein Suffix. Deshalb würde man diese Fälle nicht der Konversion zurechnen, sondern einfach der normalen, expliziten Derivation. Wir können hier ja auch binär segmentieren. Hier habe ich einen Text geschrieben, der sechs Substantive enthält. Bei welchen liegt jetzt der beschriebene Fall vor, bei welchen nicht. Diese und noch eine weitere Übung zum Video könnt ihr bei Learning Apps machen. Die Links findet ihr auch unten in der Beschreibung. Und falls ihr euch ohne Unterbruch weiter über sprachwissenschaftliche Themen informieren wollt, findet ihr auf meinem Kanal noch weitere Videos. Und wenn ihr euch auch unten echt, habt ihr euch noch einen کرeteten.